Ganz gerade nur, wunderbar, kommen Sie, gehen mal ran, noch weiter vor, ich sag Stopp dann, so und Stopp, perfekt, Sie machen das gut. So, jetzt zu uns beiden, wir haben heute Ladies Day, 4,20 Euro, vielen Dank, Dankeschön. Beim Einfahren in die Waschstraße konnte keiner der Kunden sehen, dass wir hinten, am anderen Ende, eine Lkw-Ladung Mutterboden auf den Asphalt gebaggert hatten. Den haben wir dann auch noch kräftig gewässert, damit eine schöne dicke Schlammschicht entsteht. Olli spielt den Gärtner, der mit der Erde angeblich die großen Pflanzkübel füllen sollte. Ach, wie soll denn ich das jetzt machen? Wo soll denn ich nachfahren? Ja, da kommen Sie durch. Aber mein Auto ist doch gerade gewaschen worden. Ja, aber der Dreck ist halt fast abgeladen worden. Mein Kollege hat den hierher gekippt und jetzt bin ich da alleine. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mit dem Schlauch habe ich jetzt schon mal eine halbe Stunde gespritzt, aber weiter geht nichts weg. Aber können Sie das nicht auf die Seilen schieben? Ich kann doch jetzt da nicht durch. Ich bin ja gerade dabei. Also das war ja hier und jetzt bin ich schon da hinten. Nein, die sind aber auch ein wenig lustig. Die hätten doch sagen können, dass das jetzt im Moment nicht geht. Fahren Sie einfach durch. Ja, das ist ja das Auto unten gedreckert. Ja, wahrscheinlich da auch. Also mit größer Wahrscheinlichkeit wird es ungefähr bis halbe Türe dreckig werden. Durch die Räder. Ja, aber Sie haben ja Glück, dass das hier direkt an der Waschstraße so dreckig ist. Da brauchen Sie bloß hinten wieder reinfahren, sondern haben Sie wieder ein sauberes Auto. Ja, dann fahren Sie bitte durch, oder was? Ja, aber stellen Sie Ihnen vor, das passiert Ihnen mitten in der Stadt. Da haben Sie ja keine Waschanlage in der Nähe. Ja, so was passiert mir nicht mitten in der Stadt. Also, ich kann doch nicht da durchfahren. Und dann kann ich gleich noch einmal in die Waschstraße fahren. Glauben Sie, ob ihr so dreckig? Ah, nein, also das ist ja eine Frechheit. Bitte? Ich kann doch da mit dem Auto nicht durchfahren. Schon, schon, da ist vorher auch einer durchgefahren. Nein, ich war doch gerade in der Waschstraße. Das schaut doch genauso blau aus dann. Aber natürlich können Sie durchfahren. Ich kann ja auch ein bisschen anschieben helfen, wenn Sie wirklich stecken bleiben würden. Also, jetzt klappt noch, das wäre mir jetzt sehr gut. Aber Vorsicht, machen Sie mir da nicht eine Sauerei da. Bitte schön. Auf, auf, bleiben Sie mal stehen. Also, so was habe ich ja in meinem Leben noch nicht erlebt. So mal, was treibt dich. Und dann lassen Sie einen in die Waschstraße fahren. Ja, ich bin doch nicht der mit der Waschstraße. Ich bin der Gärtner. Ich muss die Blumenkästen hier aufstellen. Nein, aber die wissen doch das da vorne. Ja, ja schon. Ah, so was habe ich ja in meinem Leben noch nicht erlebt. Aber ich bin halt alleine. Ich kann nicht so schnell schaufeln. Jetzt komme ich ja. Ja, wie komme ich denn da raus? Da komme ich ja dreckig heraus. Aber wenn man jetzt einmal weiterdenkt schon, jetzt stellen Sie sich vor, Sie fahren jetzt durch. Und dann ist Ihr Auto richtig dreckig. Ja. Und Sie würden die Situation gleich nutzen, weil wir ja schon direkt an einer Autowaschstelle sind, dass Sie gleich vorne nochmal reinfahren. Dann könnte da wieder sauber werden. Ja, aber das muss ja die Dingzahlen, die. Das zahlen die schon. Na gut, dann probieren wir das einmal. Das probieren wir. Und die Tür zu machen, das wäre sinnvoll, weil eventuell der Dreck so bis aufs Dach hochgeht. Ja. Also dann. Einmal mitten durch den Schlamm. Und danach in die Waschstraße zum Saubermachen. Aber irgendwie gibt es da einen Denkfehler. Was ist? Da war gerade eben einer da mit einem Grünengolf. Nein, das war ich schon mal. Ach, Sie? Ja. Ja, jetzt hat es stimmt. Sie haben mir schon gedacht, irgendwoher kommen Sie halt gerade bekannt vor. Sie waren gerade da. Aber das Auto ist wieder sauber geworden. Dann können wir es ja nochmal machen. Noch einmal. Ja, dann sehen wir uns ja gleich nochmal. Ja. Danke. Wie halten Sie sich? Ich kann doch nicht durch den Dreck durchfahren. Doch, ich glaube, die würden das schaffen. Sie haben ja Winterreifen drauf. Das ist ja ein gutes Gefühl. Ja, ich will jetzt zum Reifen wechseln. Jetzt habe ich es extra waschen lassen. Jetzt sagen Sie mal, das ist doch nicht normal. Schauen Sie, ich habe was. Das ist ganz gut. Das hilft, glaube ich. So, machen Sie doch vorne links hier gleich mal. Schonbezüge für den Autoreifen. Mal was ganz Neues. Ganz langsam, ja. Schön einschlagen. Mehr links, mehr links eindrehen. Mehr links. Ja, genau. Wunderbar. Und jetzt mal schön rauf. Ganz langsam. Ja. So, noch ein Stück. Das ist gar nicht schlecht. Das geht doch. Ja, ja. Aber irgendwie geht es dann doch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, weil der Sack reißt oben ein. Wir müssen was anderes machen. Haben Sie eine Idee? Bin ich der Fachmann oder Sie? Kommen Sie da jetzt nicht durch, ne? Ja, ich komme doch da nicht durch. Ja, ich mache es ein bisschen dünner. Nichts. Jetzt, also jetzt reicht. Die nicht in die nicht. Ich mache es einmal da weiter da, dass ich da so rumfahren kann. Also wieder da, ja. Ist da gut? Jetzt mache ich einmal da eine Linie. Da eine Linie. Jetzt habe ich einmal da eine Linie gemacht. Nee, du musst da machen. Ja, dann mache ich ja da eine Linie. Also ist... Reiz, Donner, Wetter, nochmal in die Linie. Ja, genau. Mach die da. Also doch. Aber Vorsicht mit Ihren Schuhen, bitte, ja? Ja, Mensch. Also das gibt es doch nicht. So, jetzt zeigen Sie mal, wo da... Sagen Sie mal, wollt ihr mich verarschen, oder? Ja! Herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß? Watsch doch nicht. Doch. Verstehen Sie Spaß? Verstehen Sie Spaß? Was?